Ibrahim Gezer hatte große Pläne für seine Familie. Er wollte ein schönes, gemeinsames Leben aufbauen. Er hatte 500 Bienenvölker, stand finanziell gut da. Sie bauten im Dorf ein großes Haus, doch sie zogen nie ein. Die türkische Armee vernichtete alles. Seine Familie wurde auseinandergerissen. Eine Tochter wurde getötet, ein Sohn ging zur Guerilla. Ein anderer lebt versteckt. Ibrahim Gezer musste aus der Türkei flüchten. Die Türkei flüchten. Sie sind mit der Türkei flüchten. Sie sind mit der Türkei in der Türkei. Es gab einen schönen Tag, der an den Türkei zu verziehen. Sie sind mit der Türkei, die Türkei. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Geschenk gemacht. Ich brauche, Gezer, laufe! Danke! Ich habe das Recht durchge Kenneth, Falle und fortgebracht. Dann kam das komplett aus. Ich habe das Recht, dass ich nicht sprach into. Ja, ich habe das Recht, nicht zufrieden. Aber das ist doch scheiße, also ist das emperor. Das ist der Barsche.